Das ist jetzt ein bisschen zu verworren. Frag nochmal. Mein Name ist Mathis Künzler. Ich bin Schauspieler, Regisseur, Vater von zwei Söhnen. Also der Schauspieler hat ganz oft das Gefühl, er muss alles aus sich selber kreieren und vergisst, dass eigentlich ganz viele Bezugspunkte um ihn herum als Anspielpartner möglich sind. Es geht ganz stark darum, als Team zu kreieren. Wenn jeder in seinem Spiel bleibt, dann funktioniert das nicht, sondern man muss gemeinsame Entscheidungen treffen. Und es ist ein geschützter Raum, wo ich ein Experimentierfeld habe, wo ich einfach mich ausprobieren kann, wo ich noch nicht unter dem Produktionsdruck stehe, auch nicht unter dem Druck von findet mich jetzt ein Caster gut, will mich ein Regisseur, sondern man hat wirklich diesen Freiraum, sich auszuprobieren. Und da gibt es Dinge, die einfach auf der menschlichen Ebene uns betreffen und uns berühren. Und da hinzugehen und zu erzählen, das ist die Faszination, die mich antreibt. KMP 2 KMP 2 Untertitelung des ZDF, 2020